28 EU-Mitgliedstaaten, die sind am heutigen Tag aufgerufen, das EU-Parlament zu wählen. Es sind beeindruckende Zahlen. 400 Millionen Menschen in der Europäischen Union, 6 Millionen davon alleine in Österreich, 751 Sitze gibt es für dieses Europäische Parlament und 18 Sitze davon sind in rot-weiß-roter Farbe gehalten. Die große und spannende Frage an diesem Wahltag ist natürlich, wie viele Österreicherinnen und Österreicher machen von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Vor fünf Jahren waren es lediglich 45 Prozent, sprich nicht einmal jeder zweite Wahlberechtigte ist tatsächlich zu den Wahlurnen geschritten und man darf gespannt sein, wie dieses Ibiza-Video sich dann tatsächlich auswirken wird. Es ist davon auszugehen, dass die FPÖ durch ihren jetzt erst recht Wahlkampf mobilisiert. Die Frage ist allerdings, ob die sehr, sehr EU-kritischen FPÖ-Wähler tatsächlich dann zu den Wahlurnen gehen oder doch davon Abstand nehmen. Ja, möglich ist, dass fast 50 Prozent der Österreicher teilnehmen werden bei diesen EU-Wahlen. Es herrschte reges Interesse und das schon in den Vormittagsstunden. Die erste, die hier zu den Wahlurnen geschritten ist, und zwar in Salzburg, war die Staatssekretärin und zweite auf der türkisen Liste, Caroline Edstadler. Wenig später war nun auch der Bundeskanzler dran. Sebastian Kurz hat seine Stimme auch abgegeben, und zwar im 12. Bezirk. Dann kam der ÖVP-Spitzenkandidat Ottmar Karas bei der Hohen Warte. Da waren vor allem ältere Menschen im Pensionistenwohnheim, die von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben. Wenig später war auch der Bundespräsident hier, nämlich in der Reisnerstraße, gemeinsam mit seinem Hund, hat von seinem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Es folgte dann Meindl Reisinger und Claudia Gamon in der Wasergasse. Dann Johannes Voggenhuber in der Rheinergasse. Randy Wagner hat dann in der Stubenpastei abgestimmt. Und dann war noch Werner Kogler bei seiner Stimmabgabe. Ihn haben wir natürlich auch begleitet. Dann folgte Andreas Schieder, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten. Und der letzte, der war dann Harald Wilimski, der ebenfalls hier im gleichen Wahllokal wie Alexander Van der Bellen in der Reisnerstraße abgestimmt hat und gewählt hat. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Die Prognosen könnten davon ausgehen, dass wir vielleicht ein Ergebnis von über 50 Prozent an Wählerstimmen haben. Es bleibt sehr, sehr spannend. Und mit diesen Aussichten jetzt einmal wieder zurück ins Studio.